Wir freuen uns, dass Sie diesen Film aufgerufen haben und uns bei unserer Spurensuche begleiten wollen. Ich bin Christina Ponader, Leiterin des Netzwerks Inklusion Landkreis Tirschenreuth. Ich bin Friedrich Wölfel und arbeite ehrenamtlich im Netzwerk Inklusion mit. Gehen Sie einige Stationen mit uns mit bei der Spurensuche nach den oft unbeachteten Demokratieschätzen in unserer Region. Wir haben keine Schlösser oder Säle, in denen Verfassungen entworfen wurden. Wir haben auch keine anderen bekannten Symbole oder Gedenkstätten der demokratischen Erinnerungskultur. Und doch glauben wir, dass Demokratie sich auch an Orten entwickelt hat und ständig weiterentwickelt, die nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Wir suchen Orte der Verantwortung. Wir wollen Plätze, Gebäude und Räume in den Fokus rücken, in denen Demokratie gelebt wird. Wir wollen auf Orte aufmerksam machen, die für diese gelebte Demokratie stehen. Belebt von Ehrenamtlichen, von Aktivistinnen und Aktivisten, von Engagierten und kommunalpolitisch Interessierten. Wo sind im Landkreis solche Werkstätten der Demokratie? Über die gewählten Gremien hinaus. Wo sind die Orte und Räume, in denen die Software der Demokratie, Engagement und Bürger sind sichtbar? Wo finden wir den Kit, der unsere demokratische Gesellschaft eigentlich zusammenhält? Unterhalb von Gesetzen und Parlamenten. Wo werden Grundrechte und Freiheiten wahrgenommen zum Wohle des Gemeinwesens? Gesucht und gefunden haben wir Orte, an denen politische, gesellschaftspolitische und soziale Verantwortung von BürgerInnen des Landkreises wahrgenommen wird. Mit dieser Facette einer etwas aktuelleren Erinnerungskultur wollen wir einen Beitrag leisten zur positiven Identitätsbildung für den Landkreis, mit Stolz auf das, was in gut 70 Jahren Demokratie bei uns bewegt wurde. Das Grundgesetz und seine Rechte und Freiheiten boten die Chancen dafür. Sie wurden immer wieder genutzt. Bei der Suche geholfen hat uns ein inklusiv besetztes Team. Mit ihm zusammen haben wir Personen und Orte aufgesucht, die stellvertretend für viele andere stehen. Unser Film zeigt das erstaunliche demokratische und zivilgesellschaftliche Potenzial direkt vor unserer Haustür. Es lohnt sich bestimmt, diese Spurensuche noch weiter zu betreiben. Wie ein erfahrener Kommunalpolitiker auf die Zivilgesellschaft im Landkreis blickt, das ist unser Zeich, das Mömer selber regeln. Jemand, der gut sechs Jahrzehnte im Landkreis überblicken kann, ist Altlandrat Karl Haberkorn. Jahrgang 1941. Zunächst Verwaltungsbeamte im Landratsamt, ab 1972 Stadtrat, später 13 Jahre Bürgermeister im Mitterteich und dann 17 Jahre Landrat. Und stets, genauso wichtig, in einer Vielzahl von sozialen Organisationen an verantwortlicher Stelle. Vom Kinderschutzbund über die Mitterteicher Tafel bis zur Lebenshilfe. Auch im Gesangs- oder Sportverein oder in Heimat- und Kulturvereinen. Unser Filmprojekt heißt Orte der Verantwortung, wer das Rad der Demokratie im Landkreis in Schwung hält. An diesem Rad drehen ja neben Gemeinde- und betreten, vor allem auch Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Zivilgesellschaft engagieren. Herr Haberkorn, wo und wie haben Sie die Dynamik der Zivilgesellschaft und Ihre Trägerinnen und Träger erlebt? Ja, ich habe schon von der Jugend her im Sportverein Fußball gespielt, war dann auch zehn Jahre Jugendtrainer und in anderen Vereinen auch tätig und habe da erlebt, was sich da abspielt, wie sich die Leute engagieren und wie sie sich einsetzen. Und als ich dann in die politische Verantwortung kam, ich kam 1972 in den Stadtrat, ich kam in den Stadtrat und da habe ich oft versucht, diese Erfahrungen mit einzubringen. Es hat auch einige Erfolge gegeben, dass man gesagt hat, man stellt den Antrag und stellt Ihnen einen Antrag. Und dann war ich halt plötzlich Bürgermeister im Jahr 1978. Und ich habe ihn als Bürgermeister und auch als Landrat bei unzähligen Gelegenheiten dieses Engagement erlebt von den Leuten. Ehrenamtlich, freiwillig, weil sie erkannt haben, da müssen wir was tun, da können wir was tun, da können wir was bewegen, da bringen wir was vorwärts. Und diese Erfahrungen sind so vielfältig, dass man einzelne Erfahrungen gar nicht herausgreifen kann. Ob das jetzt dann Kultur oder Soziales war oder Sport oder irgendetwas anderes. Die Zivilgesellschaft ist so vielfältig. Es hat mich immer fasziniert und deswegen bin ich auch gerne rausgegangen. Ich habe versucht, viele Veranstaltungen zu besuchen, um auch den Leuten zu zeigen, dass man das Engagement auch schätzt und unterstützt, wo es geht. Und wie hat sich in Ihren Augen das zivilgesellschaftliche Engagement seit den 50er Jahren entwickelt? Nach dem Krieg, wir mussten ja Demokratie lernen, ja. Zuerst waren die Leute auch ein bisschen in sportfreien Feuerwehren, da hat sich das Schimmer gegeben, Rotheidskreuz und so weiter. Aber die Leute waren in der Ausübung ihrer Rechte, in der Gültemachung ihrer Rechte, eigentlich sehr zurückhaltend. Ja, das hat der Bürgermeister gesagt, das hat der Pfarrer gesagt, das hat der Lehrer gesagt und so weiter. Und das hat sich nach und nach entwickelt, dass man gesagt hat, ja, das machen wir doch selber. Und das stellt uns auch zu, das ist unser Zeug, das können wir selber regeln. Und so hat sich das nach und nach entwickelt, ja. Man muss ja jetzt 70 Jahre oder 75 Jahre, wenn man da berücksichtigen lässt, dann sieht man erst, wie die Leute nach und nach, ja, diese Rechte, die ihnen das Gesetz gegeben hat, auch wahrgenommen haben, also zuerst mal im Kopf wahrgenommen haben und danach umgesetzt haben. Und dann gesagt, Moment einmal, ja, das entscheiden wir. Wir wollen ihn am Ende des Films noch einmal befragen, zu seinen Erfahrungen mit Bürgerwünschen und seinen Einschätzungen für die Zukunft. Eine Region protestiert. Vom Recht aufs Dagegensein in der Demokratie. Ein Sommertag 2021. Der Marktplatz einer Kleinstadt in der nördlichsten Ecke der Oberpfalz. Mittagszeit. Ohne jede Hektik, wenig Betrieb. Der Alltag geht seinen ruhigen Gang. Warum sollte sich dieser Marktplatz als einer der Orte der Verantwortung im Landkreis eignen? Derselbe Marktplatz hat eine sehr bewegte Zeit hinter sich. Gut 40 Jahre vorher war er Schauplatz für heftigste Protestaktionen mit zornigen Demonstranten. An einem Dezembertag 1980 spielten sich genau hier erstaunliche Szenen ab. Rund 7.000 bis 8.000 BürgerInnen aus der Region waren für die gesamte Gegend erstmalig zu einer Großdemonstration versammelt, zogen durch die Stadt und hörten schließlich auf dem Marktplatz bei einer Kundgebung den Rednern zu. Es war der Protest einer ganzen Region. Worum ging es? Es scheint, als wäre damals ein Fass übergelaufen. Viele Menschen hatten das Gefühl von der Politik, besonders von der bayerischen Staatsregierung seit Jahrzehnten vernachlässigt worden und auch jetzt wieder nur als Mülldeponie gefragt zu sein. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte in einer bislang für die CSU politisch sicheren Region, war eine Entscheidung in München. Ende November 1980 war Mitterteich zum Standort für ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle bestimmt worden. Die dafür benötigte Fläche draußen im Bier kickt, war bereits im Besitz des Freistaats. Niemand war auf diese Nachricht vorbereitet. Sie schlug ein wie ein Blitz. Der Protest organisierte sich innerhalb weniger Wochen in einer Bürgerinitiative mit Menschen aus der gesamten Region. Gerhard Wehner hatte sich damals als Enddreißiger von Anfang an in der Bürgerinitiative an verantwortlicher Stelle engagiert. Auf die Frage, wie sich diese schnelle und fast zornige Reaktion in der breiten Bevölkerung erklären lässt, antwortet er. Die ganze Zeit, die vergangenen Zeit vor der Atommüllaffäre sozusagen, hat sich ja München um uns auch nicht gekümmert. Und dann hat es halt den Landtagsabgeordneten Dietzer angegeben. Und der hat damals gesagt, oh, das wäre was für uns, gibt es fünf, sechs Arbeitsplätze. Da ist aber der Schuss natürlich noch hinten losgegangen. Ja, wir waren halt einfach viel unterwegs, möchte ich einmal sagen. Wir haben viele Leute gekannt. Und man hat sich unterhalten und jeder war entsetzt. Und da ist einfach das entstanden, dass man gesagt hat, wir müssen was tun. Wir müssen jetzt irgendwas unternehmen. Und da haben sich immer mehr Leute zusammengetan. Und irgendwie ist das dann dazu gekommen. Da hat man sich dann getroffen. Und dann ist ein bisschen eine Struktur reingekommen. Die öffentliche Diskussion um Atomenergie und Radioaktivität und die möglichen Folgen war schon länger bundesweit sehr aufgeladen. Demonstrationen gegen die Atomkraft gab es seit Jahren. Ängste und Unsicherheiten waren bei vielen Menschen verbreitet. In Mitterteich gab es schnelle Reaktionen. Die erste große Demonstration fand drei Wochen nach der Entscheidung statt. Wie Gerhard Wehner und Angelika Müller war von Anfang an auch Erich Tilp dabei. Wie Angelika Müller viele Jahre im Mitterteicher Stadtrat aktiv. Sie erinnern sich an die angespannte Atmosphäre in der Bevölkerung seit den 70er Jahren. Man sah die eigene Region als toten Winkel, seit Jahren von der Politik abgeschrieben, gerade auch von den Repräsentanten der CSU auf Landesebene. Durch die gesamte Grenzlandregion gegen jetzt ein Aufschrei. Wie gelang es damals, ohne digitale Netzwerke in wenigen Tagen tausende von Menschen für den Protest zu gewinnen und sogar für Großkundgebungen zu mobilisieren. Und wenn dann diese großen Demonstrationen sich angekündigt haben. Wir haben natürlich damals nicht die Möglichkeit gehabt mit den sozialen Medien wie heute, dass wir da einen Rundruf oder eine Gruppeninformation oder irgendetwas gemacht hätten. Sondern wir haben unsere Plakate nachts selber gemalt mit dem Filzstift und haben die dann in die Läden, die Geschäfte des täglichen Bedarfs ausgehängt in das Schaufenster oder an die Tür noch besser. Und die Lädeninhaber haben das sehr gerne gemacht. Und da sind dann die Leute, es hat noch damals viel mehr Einzelhandelsgeschäfte, Bäcker, Metzger, ein Milchgeschäft usw. gegeben, wo die Leute jeden Tag Geschäfte des täglichen Bedarfs, waren damals noch tatsächlich Geschäfte des täglichen Bedarfs, wo die Leute jeden Tag hingegangen sind. Die haben dann diese Plakate gelesen, sind dann heimgegangen und haben dann über den Garten schauen, dem Nachbarn das erzählt. Also da findet was statt. Dort ist ein Treffen, eine Versammlung. Und so hat sich das wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Wir haben also auch von der Zeitung, von den beiden Zeitungen, die wir damals noch gehabt haben, eine große Unterstützung gehabt. Die haben also unsere Verlaubbarungen, unsere Ankündigungen ausführlich abgedruckt und auch möglichst schnell. Natürlich ist das Lauffeuer in der Stadt oft schneller gewesen als die Zeitung. Und die Leute haben das am Arbeitsplatz und wirklich lokal weiterverbreitet. Die Leute, die bei uns auf den Demonstrationen waren, das war ja nicht irgendein schwarzer Block aus Hamburg oder weiß Gott, was heute mit einem Rundruf im Internet so gemacht werden kann. Sondern es waren Leute aus unserer Stadt, die man persönlich ansprechen hat können. Es waren Leute aus den Nachbarstädten, Tirschenreuth, wo andere Leute in die Arbeit hingefahren sind. Und so ist es dann in die Breite gegangen und hat so viele Leute wirklich motiviert, da hinzugehen. Wenn man einen Menschen selber anspricht, dann ist es ganz anders, als wenn man da in einem Zeitungsartikel oder sowas verfasst. Wie reagierten die Politiker auf Stadt- und Kreisebene? Der damalige Bürgermeister Karl Haberkorn erinnert sich. Zuerst, als die da waren, gekommen sind und haben gesagt, ja, schwach radioaktiver Abfall aus der Medizin, aus der Forschung. Und ich habe gesagt, naja und, jetzt haben wir Sondermüll da, also schlimmer kann das auch nicht sein. Und dann, als dann plötzlich der mittelradioaktive Abfall dazukam, dann ist es natürlich geschehen und dann kam die einhellige Auffassung im Mittelreich, das wollen wir nicht. Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, auch im Stadtrat, die Bürgerschaft will das nicht und wir vertreten da die Bürgerschaft nach außen hin. Und ich persönlich habe gesagt, ich will mein ganzes berufliches Erfahrungswissen da einbringen, um das zu finden. Da haben sie ja das Bundesbaugesetz geändert. Und das Landeskriminalamt hat ein Gutachten gemacht, dass um dieses Atomüllager ein Graben, wie um eine mittelalterliche Burg gezogen wird, ein wassergefüllter Graben, allen Ernstes. Und dann haben die gemeinten, das sind ja Industriegebiete, weil wir jetzt gar nicht als Industriegebiete ausgewiesen haben. Dann haben sie eben diese, den Burggraben da gebracht, weil sowas kann und muss beleuchtet werden und sowas kann nur im Außenbereich errichtet werden. Die Kommunalpolitiker im ganzen Landkreis, möchte ich einmal sagen, die Mieterdeicher und auch die Nachbarstädte und Gemeinden haben uns unterstützt. Es ist auch im Kreistag eine deutliche Mehrheit gewesen. Der Dr. Arter zum Beispiel hat sich sehr für uns eingesetzt. Er hat mehrere Leserbriefe geschrieben. Er hat sich sehr engagiert. Bürgermeister und Stadträte von CSU, SPD und Freien Wählern führten gemeinsam die Demonstrationen an. Die breite Unterstützung aus dem politischen und vorpolitischen und künstlerischen Raum war beeindruckend. Hier ein kurzer Überblick. CSU Landrat Weigl, SPD-Bundestagsabgeordneter Ludwig Stiegler, Bund Naturschutz mit Landesvorsitzendem Hubert Weinzierl und Kreisvorsitzendem Dr. Klaus Abte, Dr. Michael Streubel von der Bürgerinitiative Neuherberg. Solidarisch zeigten sich zum Beispiel der Bauernverband ebenso wie der Gewerkschaftsbund, die Gastwirte, der Gewerbeförderverein, andere Bürgerinitiativen, etliche Nachbargemeinden. Beeindruckend auch die Unterstützung durch regionale und überregionale Künstler. In den Dienst des Protestes stellten sich Gerhard Polt mit der Biermöselblosen, Siegi Zimmerschied, Dieter Hildebrandt, die Mehlpriemeln, Harald Grill, Sepp Breit, die Stonewood Stringband und andere. Das ist richtig, wenn du das so formulierst. Es war ja so, dass das ja praktisch nicht auf Mitterdeich begrenzt war. Petitionen bis Weisenstadt, also runter Weiden, sind ja eingegangen und haben sich eigentlich alles solidarisch erklärt mit Mitterdeich, mit der Bevölkerung. Also man kann auch sagen, das ist quer durch die Partei gegangen. Da habt ihr nicht gehört, das ist ein linker, recht oder sonst was. Also da haben die Parteien eigentlich bei dem Widerstand überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist quer durch die Partei gegangen oder parteilose, genauso. Im April 1981 fuhren rund 1000 Personen nach München und protestierten vor der Staatskanzlei. Die Verunglimpfung als Rattenfänger seitens eines Regierungspolitikers griffen die Demonstranten ironisch auf. Mitterdeicher Rattenfänger führten den Zug an. Die Initiatoren überreichten vor der Staatskanzlei eine Resolution mit ihren Forderungen. Ein Politiker ließ sich nicht sehen. Ein hoher Beamter nahm das Papier entgegen. Vorwurf eine merkwürdige Auffassung vom Recht der Bürger auf freie Meinungsäußerung sichtbar zu werden. Wir haben die Resolution der FÜG-Initiative dem Herrn Ministerpräsidenten Dr. Kessler überreicht. Eine Diskussion war nicht möglich, weil der höchste Beamte der Staatskanzlei dafür nicht der zuständige Mann ist. Der sachbezogene Mann ist der Ministerpräsident, der war nicht her. Und als Gesamtbeantwortlicher war auch der Ministerpräsident nicht anwesend. Diese Ereignisse sind ein Beispiel für Graswurzeldemokratie im besten Sinne und für eine wachsame und lebendige Zivilgesellschaft. Die Initiatorinnen und Initiatoren nahmen für ihren Protest sehr entschlossen, lautstark, kreativ und gewaltfrei Freiheits- und Bürgerrechte in Anspruch. Das Thema hat damals quer durch alle politischen und gesellschaftlichen Schichten das Bewusstsein geschaffen, dass man sich wehren und sich zu Wort melden darf. Auch wenn man schließlich in der Sache erfolglos blieb. Auch davon lebt die Demokratie. Wie ging es weiter? Die Staatsregierung setzte ihr Vorhaben durch. Die Stadt Mitterteich und die Bürgerinitiative blieben schließlich auch auf dem Rechtsweg erfolglos. 1984 erfolgte die Baugenehmigung. Im Oktober 1985 wurden die ersten Fässer eingelagert. Das Gelände ist von Anfang an bis heute gut gesichert. Und was ist dann geblieben? Vom Protest? Die Bürgerinitiative konnte beim Bau zusätzliche bautechnische Sicherungen und eine Verzögerung erreichen. Ein Bürgerbeirat mit besonderen Auskunftsrechten ist seitdem installiert. Die örtliche Feuerwehr ist strahlenschutztechnisch aufgerüstet und ausgebildet. Die Bürgerinitiative schaffte sich spezielle Messgeräte an. Gerhard Wehner betreut sie. Er hat auf seinem Haus im Mitterteich neben der Wetterstation Sensoren, mit denen die radioaktive Belastung der Luft ständig gemessen wird. Zunächst einmal haben wir zwei Messgeräte, die wir vor gut 20 Jahren beschafft haben. Also die Bürgerinitiative gegen Atome im Grenzland e.V. und zwar ein Gerät misst die Radioaktivität der Umwelt, also der Luft rund um die Uhr. Wird angezeigt optisch mit einer Anzeige, wie hoch die Belastung ist im Moment. Wir haben Gott sei Dank, seit wir das Gerät im Betrieb haben, noch keine außergewöhnliche Belastung gehabt. Also es war ja so, im Vorfeld hat man sich eigentlich über solche Sachen wenig Gedanken gemacht. Und dann ist man allgemein hellhöriger geworden gegen alle Sachen, die von oben titiert worden sind. Das war ja eine reine politische Entscheidung Mitterteich. Und man kann im Nachhinein sagen, man ist viel empfindlicher geworden. Es habe bislang zwar noch keine Probleme mit der radioaktiven Belastung gegeben. Die Bürgerinitiative hat sich aber auch nach 40 Jahren noch nicht aufgelöst. Man will weiter wachsam bleiben, meint Erich Tilb. Dass wir also nach 40 Jahren immer noch existieren. Und natürlich haben sich die Reihen schon ausgedrückt und gelichtet. Und viele Leute haben das nicht mehr erlebt aus unseren Vorstandschaften und Umkreisen. Viele haben gedacht, naja, das ist erledigt. Das ist Geschichte. Das ist Geschichte. Aber der damalige Bürgermeister Erich Dickert war strikt dagegen. Diese Bürgerinitiative, da hat es auch einzelne Stimmen gegeben, waren aber nur wenige. Die Bürgerinitiative aufgelöst wird. Er hat gesagt, wir müssen wachsam bleiben. Wir müssen wirklich schauen, man weiß ja nie, was kommt. Und wenn man jetzt sieht, dass ja die Diskussion über das Atommülllager, über ein Atommülllager wieder hochkommt. Es hat damals geheißen, wie das Werk in Miederteiche da angelaufen ist. Das wird eine Übergangslösung. Es wird noch wenige Jahre dort sein. Und dann kommt die Endlauberung durch den Bund. Man hat also wenige Jahre. Da rechnet man halt einmal, ja vielleicht sechs, sieben Jahre oder zehn Jahre oder sowas. Aber jetzt sind 40 Jahre vergangen und bis wirklich ein Endlauber kommt. Ich habe keine Kristallkugel, wo ich da in die Zukunft schauen kann. Also ich vermute, dass es eher vielleicht noch einmal so lange dauert. Man weiß es nicht. Stets benötigten die Aktivisten Zivilcourage. Gerade auch bei Andeutungen von Repressionen gegenüber engagierten Lehrkräften oder bei ausfallend polemischen Äußerungen einzelner Politiker. Das Motiv der InitiatorInnen war stets klar. Sie fühlten sich für die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit für sich und die Menschen in der Region verantwortlich. Egal wie man damals oder heute die Risiken des Atommülls beurteilt. Es gab mutige Leute, die für ihre Ziele eintraten. Zornig, aber gewaltlos und mit demokratischen Mitteln. Das couragierte und breite Engagement gegen eine Blitzentscheidung der Staatsregierung verdient es, als Teil der Identität der gesamten Region wahrgenommen zu werden. Allemal ist es ein Stück Demokratie-Geschichte im Landkreis. Begegnung auf Augenhöhe. Ein Einblick in das Familien- und Bürgerzentrum Mittendrin in Chemnath. Der Name ist Programm. Mittendrin sein heißt Gleichgesinnte treffen, am Bildungsangeboten teilnehmen, sich wohlfühlen, Unterstützung bekommen, sich engagieren. So formuliert es das Bürger- und Familienzentrum in Chemnath. Menschen zusammenbringen, Nachhaltigkeit, Inklusion und gemeinsames Netzwerken von Alt und Jung. Das sehen sie als ihren Auftrag. Ja, wir sind ja unter der Trägerschaft des Kinderschutzbundes gestartet. Ohne den Kinderschutzbund hätte es wahrscheinlich kein Familienzentrum gegeben. Das war die ursprüngliche Trägerschaft. Und danach hat die Stadt Chemnath die Trägerschaft übernommen. Und wir haben den Torbogen des Logos der Stadt Chemnath genommen für unser neues Logo, weil wir einfach damit zeigen wollten, diese Verwurzelung in Chemnath und unter unserem Logo sind verschiedene Personen. Es soll einfach zeigen, dass wir unter diesem Torbogen der Stadt Chemnath zusammenstehen, dass jeder hier willkommen ist, dass unsere Türen offen sind, aber auch natürlich, dass sich jeder einbringen kann mit seinen Talenten, mit seiner Persönlichkeit und dazu beizutragen, dass dieses Familienzentrum eben noch bunter wird, noch reichhaltiger und noch attraktiver für die ganze Bevölkerung. Wir haben einen Anspruch, eine soziale Stadt zu sein. Und da ist natürlich das Mittendrin schon ein großer Eckpfeiler davon. Und die Kommune lebt halt auch von dieser Gemeinschaft. Und dieser Gemeinschaftssinn hier im Familienzentrum mittendrin, der ist schon wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Und da sind wir auch sehr stolz, dass wir eigentlich hier der Träger sein dürfen. Wo schafft man das sonst, so viele gute und gemeinnützige Zwecke, soziale Zwecke, Jugend, Familie, Soziales unter einem Hut zu bringen? Man sagt eigentlich, spricht für sich. Sag ich einmal, wir haben hier zwar auch hauptamtliche Kräfte, aber die überwiegende Zahl sind ja die Ehrenamtlichen. Und wir haben 30 ehrenamtlich Beschäftigte. Das spricht, denke ich, auch eine eindeutige Sprache. Die würden ja nicht herkommen, Russ, wenn sie nicht überzeugt wären von dieser Geschichte. Und die dürfen auch sich in alle Richtungen, sag ich jetzt einmal, ihre Interessen mit einbringen. Werfen wir einen Blick zurück in die Gründungsjahre. Uns hat von Anfang an die Idee begeistert, dass sich Mütter und Familien treffen können. Ohne Stress, wo es auch egal ist, ob mal gekleckert wird oder ob es mal ein bisschen laut ist. Allein die Idee vom Spielezimmer ist ganz, ganz klasse gewesen. Und vor allem, dass das ein Treffpunkt sein kann, wo sich Mütter treffen, wo so ein Zusammengefühl entsteht. Es ist auch eine ordentliche Herausforderung gewesen und auch ein echtes Abenteuer. Und jetzt ist es natürlich ganz klasse, dass da so ein großes Begegnungszentrum entstanden ist, das weit über Chemnath hinaus Wirkung hat. Am Anfang war es nicht einfach, weil wir eine neue Idee nach Chemnath gebracht haben. Chemnath ist eine Kleinstadt und wir kannten die Idee des Familienzentrums aus größeren Städten. Und es war relativ schwierig, diese Idee in die Köpfe der Chemnatter zu bekommen und ihnen klarzumachen, was wir hier wollen und dass es eine Bereicherung ist für das Gemeinschaftsleben und eine Bereicherung für diese Kleinstadt. Es kamen viele Aussagen dazu, dass wir jemandem etwas wegnehmen möchten, dass wir billigen Kaffee ausschenken, dass wir uns nur treffen, um zu ratschen. Und der ganze Präventionscharakter und, wie gesagt, diese positive Bereicherung für Chemnath wurde leider nicht gesehen oder nur von wenigen gesehen. Vor zehn Jahren ungefähr oder ziemlich genau vor zehn Jahren standen drei Mütter mit ihren Kindern im Büro und haben versucht, ihnen deutlich zu machen, wie wichtig es wäre, ein familienfreundliches Angebot in der Stadt Chemnath zu haben. Und soweit ich weiß, haben Sie da die Tür nicht wieder zugemacht, sondern haben sich das angehört und auch weiter darauf reagiert. Ja, dieser Besuch vor zehn Jahren, an den erinnere ich mich heute noch gerne. Das waren drei Muttis und ich denke fünf, sechs Kinder, die sich da bei mir in meinem Bürgermeisterzimmer auf dem schönen Teppich ausgebreitet haben. Also die Mutte sind gesessen am Tisch und die Kinder haben da gespielt und wir waren dann ruckzuck beim Thema. Es waren auch keine Unbekannten, die mich da besucht haben. Mich hat das eigentlich von Anfang an begeistert, was diese drei Damen für eine Idee vorgetragen haben. Und ich habe gesagt, ja, wie eben auch schon gesagt, das probieren wir einfach mal. Ich schaue, was ich machen kann, was die Stadt machen kann und ihr macht euer Konzept und dann schauen wir, ob wir uns zusammenfinden. Das war eigentlich von Anfang an so, seit der ersten Stunde, dass den finanziellen Part oder den finanziellen Rückhalt die Stadt gebildet hat. Wir haben gesagt, okay, wir haben diese Räumlichkeiten, diese Wohnung, wir haben gewisse Ausstattungsmöglichkeiten, wir haben ein finanzielles Budget, das man mal zur Verfügung stellen kann in den Anfängen. Das war ja wirklich total überschaubar, das Ganze. Und das Team war ja eigentlich mit allem zufrieden, das muss man wirklich sagen. Wir waren froh um jede Hilfe. Und diese finanzielle Unterstützung, die wert bis heute. Wir haben bis heute für das Familienzentrum mittendrin keinerlei staatliche Förderungen erhalten. Wir waren nicht unbedingt drauf aus. Natürlich hat man es versucht, aber das gibt es halt nur in größeren Städten und so weiter. Sodass wir aber immer auch im Stadtrat der absoluten Überzeugung waren, das ist es wert, das ist es uns wert, das leisten wir selbstverständlich. Und so ist es eigentlich bis heute. Welche Angebote gibt es im Familienzentrum? Und das vielfältige Beratungs- und Informationsangebot erstmal überhaupt für Familien, dann auch für ehrenamtliche Mithelfer. Jeder kann hier ankommen und kann sagen, ich bin handwerklich geschickt. Ich mag gern backen oder ich mach das oder jenes gern. Es ist auch für solche Aufgaben ein idealer Punkt. Und dann ist es natürlich auch noch ein Netzwerkstützpunkt geworden für alle Institutionen. Jeder, der Informationen weitergeben mag, weiß, dass er hier im Familienzentrum ideale Bühne hat und auch ein Riesenverbreitungspotenzial. Also es ist Win-Win für alle. Das Rundum-Sorglos-Paket Also einen Großteil unseres Angebots umschreiben wir tatsächlich mit dem Rundum-Sorglos-Paket für die junge Familie. Sagen wir echt dazu, schreiben wir auch in den Mails. Das umfasst hauptsächlich Geburtsvorbereitungskurse, unsere Rückbildungsgymnastik. Wir haben regelmäßige Vorträge zu den Themen Schwangerschaft, zu Ernährung für Babys, Kleinkinder. Das machen wir in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Und wir haben Vortragsreihen zur Kindergesundheit in Zusammenarbeit mit der KUKI. Erste-Hilfe-Kurse für Kinder und und und. Die offenen Angebote Für Mütter ist es schwierig vor allem mit Kindern irgendwo einen Kaffee zu trinken gehen. Wenn man in einen Kaffee geht, wird man gleich angeschaut, wenn man ein, zwei oder sogar drei Kinder mit hat, weil die ja meistens nicht mitsitzen bleiben. Und hier kann man einfach einen Kaffee trinken. Alles ist kindersicher abgesperrt. Es gibt ein Spielzimmer. Man hat immer eine Mutter, die vielleicht gerade das gleiche Problem hat, einfach sich auszutauschen und mit neuem Mut wieder nach draußen zu gehen. Engagement für SeniorInnen Ja, ich mache das sowas ähnliches, Computer Kaffee in Mitterteich, schon viele Jahre. Und wie wir dann hier zusammengekommen sind im Gespräch, war für mich eigentlich klar, dass das hier wunderbar reinpasst. Gerade diese Arbeit mit Senioren ist halt echt. Also meine Eltern sind auch weit über 70, der Papa weit über 80. Und es macht es einfach extrem viel Spaß, den Senioren gerade hier zu helfen, wenn sie Fragen haben mit der Technik. Dass sie mit ihren Verwandten kommunizieren können, dass sie WhatsApp nutzen können oder einfach bloß telefonieren. Gruppen und Netzwerkfunktion Die eben ja auch vielleicht einen ernsteren Hintergrund haben. Also mir ist es sehr wichtig, die Selbsthilfegruppen hier weiter zu etablieren. Wir haben zum Beispiel zwei Suchtselbsthilfegruppen. Eine von Anfang an, dann eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Zwangserkrankungen, unsere neu gestartete Gruppe für Menschen mit Depressionen. Auch den Trauer trefft die Stillgruppe, Frühstück für alleinerziehende Eltern. Es ist mir sehr wichtig, dass die sozialen Angebote hier fest verankert sind. Und dass man einfach weiß, okay, wenn ich hier durch die Tür komme, ist jemand für mich da. Es hat so diese Netzwerkerfunktion und ich kann mich an den wenden und finde dann ein passgenaues Angebot. Aber es gibt auch ganz besondere Ereignisse. Die schönste Veranstaltung, die zwei-, dreimal im Jahr stattgefunden hat, so lange ist es in meiner Amtszeit, war die Begrüßung der Neugeborenen. Und die hat immer hier in dem Raum stattgefunden. Sie müssen sich vorstellen, sieben, acht Tische. Alles sitzt so, die kleinen Wutzler auf dem Schoß oder im Köpfchen und so weiter. Und dann kommen die Verantwortlichen. Ich habe dann immer das Begrüßungsgeld im Bar dabei gehabt und habe das dann ausgeteilt. Und die kleinen Kinder, das ist einfach ein Traum und ist einfach schön, ist ein Glück. Corona hatte auch unerwartete positive Effekte. Und haben jetzt wirklich einen Großteil unseres Angebots auf digital umgestellt, konnten ganz viele Referenten dafür gewinnen. Und wir sehen einen großen Vorteil drin. Wir erreichen Mamas zum Beispiel, die sonst vielleicht nicht teilnehmen hätten können, weil sie zu Hause bei den Kindern sein müssen. Jetzt können sie von zu Hause aus teilnehmen. Und wir erreichen mehr Männer. Sonst kamen die Damen zu uns und irgendjemand musste zu Hause auf die Kinder aufpassen. Das war ihm oft der Mann. Und jetzt kann der Mann sich zu Hause dazusetzen. Überall begegnet man Spuren ehrenamtlichen Engagements. Wie gestaltet sich das Miteinander? Das ist sicher die Offenheit gegenüber Menschen und auch Familienformen, die es eben geben darf, ohne Wertung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sicher auch Offenheit oder fast Neutralität im Sinne von Glaubensrichtung, politischen Ausrichtungen. Da haben wir immer versucht, neutral zu bleiben. Und das, glaube ich, war ein großer Pluspunkt für die Entwicklung. Und ja, es ist ein schönes, unkompliziertes Zusammenarbeiten mit dem ganzen Team, ja. Im Repair-Café sind ein paar Kollegen. Aber nein, es macht Spaß. Also es ist, ich finde das, mir wäre das jetzt nie irgendwie aufgefallen, dass ich jetzt hier alleine als Mann unterwegs bin in dem Bereich. Also ganz normal. Ach, es ist einfach so schön. Man fühlt sich schon als, also ich bin ja auch Mutter. Also ich war auch eben als Besucher nur hier. Und man fühlt sich einfach so wohl und aufgehoben. Und man kann einfach so viel tun für andere Mütter, Eltern, dass man denen einfach so viel geben kann und die unterstützen kann, egal in welchen Lebenslagen. Man wird darin auch bestärkt in dem, was man tut. Und nicht kritisiert, sondern eher bestärkt, dass man einfach selber das gut macht, so wie man es macht. Und kann einfach so viele Tipps und Tricks mitnehmen. Wir sind mittlerweile alle schon so ein eingespieltes Team und wirklich schon so eine kleine Familie und unterstützen uns gegenseitig, wenn jemand mal Hilfe braucht bei bestimmten Dingen und sind auch immer füreinander da, falls jemand mal ein offenes Ohr braucht. Das ist echt sehr schön. Warum ist das mittendrin ein Ort der Verantwortung? Ich bin vor ziemlich genau 40 Jahren nach Chemnath hergezogen. Ich habe damals zwei kleine Kinder gehabt, das dritte war unterwegs. Und ich hätte ganz, ganz dringend so eine Stelle gebraucht wie das Familienzentrum. Es gab damals in Chemnath gar nichts in der Art und Weise. Und manchmal fällt einem ja schon die Decke auf den Kopf, wenn man so drei kleine Kinder hat. Ich glaube, dass es Lebenssituationen gibt, wo eine gewisse Aussichtslosigkeit da ist. Also ich bin ganz alleine. Ich finde keine Unterstützung oder Überforderung oder allein abgehängt sein. Und daraus entsteht Frust und Ohnmacht und auch eine gewisse Form von Verzweiflung. Und ich glaube, dass dann entsteht ein Nährboden, eine Empfänglichkeit für krude Ideen. Und ich glaube, dass das Familienzentrum hier auf gesellschaftlicher Ebene wirklich was dazu beitragen kann. Eben mit diesem umfangreichen Beratungs- und Informationspotenzial und vor allem ohne so eine Schwellenangst zu produzieren. Also man kann hier einfach herkommen und kann sich aufgehoben fühlen. Und alleine diese Kontaktmöglichkeit halte ich schon für so wichtig. Und dass es tatsächlich ein wichtiger Kontrapunkt dagegen sein kann, dass sich jemand verloren fühlt. Würden Sie sagen, dass das Familienzentrum ein weicher Standortfaktor ist, dass man den als solches bezeichnen könnte? Ja, doch. Also weich ist vielleicht sogar ein kleines bisschen untertrieben. Ich dachte jetzt schon mal, weil bei den Zahnbürsten sagt man so schön mittelhart oder was. Das ist schon ein mittelharter Faktor mittlerweile für Chemnath mindestens. Es ist eine geteilte gesellschaftliche Verantwortung. Wichtig ist, finde ich, immer den Ehrenamtlichen oder den Engagierten, wenn wir sie so nennen wollen. Den Menschen, die einfach Ideen haben und die Begeisterung haben und die andere mitnehmen können. Denen eine Plattform zu geben und keine Steine in den Weg zu legen. Dann zu sagen, die Kommune, wie jetzt hier bei uns, ja, unterstützt diese Begeisterung, diesen Einsatz, dieses Engagement so weit wie es geht. Klar haben die Ehrenamtlichen dann Verantwortung für ihr Tun in einer Einrichtung, werden aber eben von der Einrichtung unterstützt. Also kannst du dir vorstellen, wie eine Pyramide. Wagen wir zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Ich glaube, da ist viel mehr vor, als wir uns denken noch. Die Zukunft ist offen, aber das Mittendrin wird wachsen. Es ist ja seit Beginn gewachsen und das Ziel ist einfach, dass das Bürger- und Familienzentrum quasi alle Generationen noch mehr verbindet. Das ist, glaube ich, ein großer Plus für die Gesellschaft. Wir haben dann ein Bürgerhaus für die Stadt Chemnath und in diesem Gebäude kann dann noch viel mehr möglich sein, weil einfach die Räume größer sind. Momentan sind wir räumlich gebunden und auch von der Barrierefreiheit. In diesem Gebäude drüben wird dann Barrierefreiheit per par excellence gelebt. Nicht nur wie jetzt in den Köpfen, sondern dann auch wirklich, ja, von den Räumlichkeiten her. Und wir hoffen, dass wir dann auch noch andere Bevölkerungsgruppen in den Räumen willkommen heißen können und vor allem auch das generationenübergreifende Arbeiten noch weiter ausbauen können. Die Karte ist in der Nähe von der Räumen, die drüben sind und vor allem zu sehen, das ist in der Nähe von der Räumen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020